Moin Leute, willkommen in Budeland. Im heutigen Video möchte ich euch mal kurz zeigen, was ich denn momentan so bei mir im Studio aufgebaut habe, was ich wie verwende und wie das dann so in der Realität ausschaut. Dafür mache ich mal so eine kleine Studiotour. Es sieht ein bisschen unordentlich aus, weil ich gerade alles so mal so ein bisschen hingestellt habe. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit dem, was man hier so Interessantem sehen kann. Also hier wären wir. Das ist so das normale Setup, da links oben. Das sind zwei newer LED-Lampen mit inklusive Softboxen. Die haben so im Set ungefähr 200 Euro gekostet und dann habe ich die Softbox nochmal irgendwie 30 Euro. Wenn man nicht ganz so viel Geld hat, kann man natürlich auch normale Softboxen nehmen mit einer Glühlampe. Die gibt es ja mittlerweile für 30, 40 Euro. Ich habe es jetzt halt so gemacht, weil ich halt keinen Platz habe an der Stelle. Ansonsten habe ich jetzt hier unten, habe ich jetzt noch an meinem Tisch montiert von InnoGear heißt das Ding, glaube ich. Das ist einfach so eine Mikrofonhalterung und wie gesagt, die wird am Tisch festgemacht und das Schöne daran ist, man kann da auch sein Blue Yeti dran machen, man kann aber auch jedes andere Mikrofon dran machen und falls man noch so einen passenden Adapter hat, dann kann man das theoretisch auch verwenden, um hier sein Smartphone festzumachen, falls man kein Stativ oder sowas hat. Er ist sehr funktional einsetzbar und kostet rund 20 Euro, also ist jetzt kein Riesen-Invest. Ansonsten habe ich jetzt an der Stelle hier noch hier, das Entscheidende für die Aufnahmen ist ja meistens immer das Stativ, wo ist die Kamera montiert. Ich benutze hier mein iPhone normalerweise und dafür habe ich mir jetzt letztens das Arcon Mount besorgt und das seht ihr hier. Das ist einfach so ein Stativ, so ein Ständer mit einer ziemlich schweren Platte, damit es nicht umfällt. Und hier könnt ihr einfach euer Smartphone einklampen und theoretisch gibt es da auch Aufsätze, wo ihr Kameras dran machen könnt. Ihr müsst einfach im Zweifel dann hier noch ein bisschen mehr Gewicht draufhängen, aber das ist wunderbar für so On-Top-Aufnahmen, wie ihr das hier so sehen könnt. Ich habe mir noch so eine Matte genommen, weil es hier einfach generell staubig ist und auf der Matte es nicht so ganz so staubig ist. Aber prinzipiell, ich mache mal kurz das Licht an. Da habe ich nämlich hier hinten noch mein Kernkraftwerk. Hier diese Steckdosen, die liebe ich, weil ich kann die einfach anmachen, die eine Sicherung und dann gehen quasi meine ganzen Lichter an. So sieht das dann aus. Hier ist das Boyetti. Momentan nehme ich ja mit dem Shure-Mikrofon direkt am iPhone auf. Aber das ist eigentlich ganz nett, wenn man eh an der Position sitzt, dann kann man das per Kabel verbinden, sein Smartphone oder sein iPad, was auch immer man nutzen möchte. Und dann hat man hier eigentlich schon ein ganz schönes Setup. In der Vergangenheit habe ich es ja eher so aufgenommen. Das hier ist ja ein Stativ. Das ist, glaube ich, K&F-Konzept. Das hat, glaube ich, irgendwie rund 100 Euro oder mehr gekostet. Ist aber jeden Euro wert gewesen, weil man halt sehr flexibel damit aufnehmen kann. Hier oben ist auch wieder so ein Kopf dran. Und passend dazu natürlich auch dieses Schnellwechsel-Mount. Und so könnte man theoretisch ja auch aufnehmen. So habe ich es in der Vergangenheit gemacht. Hat dann natürlich immer den Nachteil, wenn man direkt davor sitzt, da hat man die Beine zwischen den Füßen. Da gibt es dann immer so ein paar Wackler. Wenn man natürlich den Platz hat und das auf der anderen Seite positioniert, ist das überhaupt kein Thema. Aber wie gesagt, das ist so mein Setup, was ich in der Regel nutze. Das Stativ benutze ich immer wieder mal, wenn ich Platz habe. Also wenn ich solche im Wohnzimmer bin. Aber ansonsten fokussiere ich mich primär auf das Stativ momentan für die On-Top-Aufnahmen. Und selber habe ich ja jetzt gerade mein Monfrotto-Mini-Stativ in der Hand, mit dem ich gerade aufnehme. Und das kostet glaube ich auch noch rund 30 Euro. Ja, das waren im Prinzip so die großen, interessanten Features. Ich habe natürlich noch mittlerweile ganz viel Krimskrams in meinem Schrank drin. Was sich so alles ansammelt über die Zeit. Verschiedenste Stative und Halterungen und sowas. Aber im Prinzip holt euch so ein 20 Euro. Eno-Gear-Stativ für Mikrofone. Damit könnt ihr auch theoretisch mit dem passenden Adapter, also dieser Adapter hier kostet ja rund 20 Euro oder sowas. Macht das dran, dann könnt ihr hier auch problemlos euer Stativ mit so einer Wechselplatte verwenden. Also insofern, das Setup muss nicht so teuer sein. Und im Prinzip könnt ihr eigentlich mit eurem Smartphone vielleicht 100 Euro Ausstattung in Form von Licht oder sowas, könnt ihr eigentlich problemlos loslegen. Und viel mehr möchte ich ja nicht zeigen. Hier sieht es aus wie Sau. Ich muss glaube ich gerade gleich mal sauer machen. Das war es so zum Hintergrund, wie mein Setup ausschaut. Ich bin mal gespannt, falls ich demnächst irgendwann umziehe. Dann habe ich dann hoffentlich im Büro ein wenig mehr Platz. Soviel von meiner Seite. Falls euch so Videos interessieren, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann gibt es sowas öfters mal. Bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.